Ja, das war nicht so gut. Okay, ich hab schon gedacht, dass wir da Probleme kriegen werden vielleicht, wenn wir vielleicht doch auf einfach umstellen müssen, aber das ging noch ganz gut. Okay, ähm, mehr Aktivitäten. Dachdrop. Droppe vom Dach in die Bank, springen über das erste Gap, springen über das zweite Gap. Das hört sich doch einfach an. Das war geschummelt, aber passt schon, ich will das gar nicht sehen. Ja, äh, Pritschen-Action. Gap auf den Pritschen-Wagen, springen über die Mülltorne. Mülltorne. Warte mal, ob das ist. Oh. Oh. Kann man da runterfahren? Was ist das bitte für eine beschissene Anfahrt? Na, ich wollt's cool machen, wollt noch Manual oben drauf machen, aber ich glaub, das ist besser, wenn wir das sein lassen. Warte mal. Die Anfahrt ist doch hier wohl mal letzter Null. So. Gut. Das ist ja auch erledigt. Was haben wir denn jetzt? Barriere-Kult. Grinder alle Barrieren. Oh, das, das ist doch, das hört sich doch spaßig an. Vielleicht. Machen wir aber nicht von hier unten, sondern von oben, glaub ich. Was ist das für eine Scheiße hier? Ja. Ich möchte das doch von unten machen, ich hab da keinen Bock drauf, das von unten zu machen, weil die Dame dann immer weg springt. Das ist aber Müll. Ja. 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 Was ist das für ein Müll. Ach man, das ist doch scheiße. Das war doch so ein dummer Spot hier. Ich möchte das gerne neu machen. Ich möchte das gerne neu machen. Ich möchte das gerne neu machen. Das ist eine beschissene Aufgabe gewesen. Richtig scheiße. Genauso wie die andere oben mit den Grabstar. Müll. Bankgeschäfte. Ich sehe nichts, es ist so dunkel. Zählt nicht, war ja klar. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das ist schon wieder so eine richtige Müllaufgabe. Was ist so eine verdammte Scheiße hier hin дома? Und dann noch irgendwelche Tricks drauf, manche Attackt. So. Wo ist der Bang? 250 Punkte auf der Treppe. Oder Bang. Das sollte machbar sein. Außer wenn das irgendeine... Irgendeine Scheiße. So ist die schon wieder so... Wow. Wow. Das ist so schlecht, ne? So, darf ich jetzt endlich die letzte Drecksaufgabe machen? Steinigung. Blade Flip Finger Flip. Das ist bestimmt das große oben wieder. Also wir werden wahrscheinlich zwei Andäufe dafür brauchen. Also. Also. So. 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 Alter. Bladeflip Fingerprint. Was ist das für eine Scheiße? Wendel über das erste oder zweite geht. Dann machen wir das mal. Das war nicht so gut. Das macht auch richtig Zeitfressen hier. Ja, deutsch. Was ist das für eine Scheiße? Du schon extra abbremsen oder immer noch so eine Kacke? Das war nicht so gut. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, so eine Scheiße. Immer dieses Anfahren von hier oben. Ja, genau. Steig doch von deinem Drecksbord ab, du dumme Fotze. Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Back- oder Frontflip. Das haben wir ja mal schöne Erfahrungen mitgemacht mit der Scheiße. Oh, das hat funktioniert jetzt. Scheiße. So, wie soll ich jetzt da 9000 Punkte holen? Ach man, komm schon. Scheiße. Wegen dieser dummen Drecksaufgabe hängt es natürlich. Wenn es bloß beim zweiten gibt. Guck mal, Finn. Das kann nicht beim ersten gemacht werden. Kacke, ey. Sinn. Emma Neins. Bist du eine Frau sch ilk zur Doktorf habe! ENDE ihr